In Magdeburg wurde am 9. November, dem 85. Jahrestag der November-Pokrome, ein Stolperstein verlegt. Es war die 39. Stolpersteinverlegung im Stadtgebiet, die an verschleppte und ermordete Menschen Magdeburgs erinnert. Die Arbeitsgruppe Stolpersteine für Magdeburg führte die Verlegung gemeinsam mit Angehörigen der Opfer aus. Bei der Verlegung zum Gedenken an die Familie Schlein waren auch die Angehörigen, Sivan Kaufmann und Sarah Sofner-Schlein anwesend. Grundlage für den neuen Stolperstein sind Recherchearbeiten der SchülerInnen der BBS Dr. Otto Schlein. Sie hatten sich zunächst der Erforschung des Schicksals der direkten Familie von Dr. Otto Schlein gewidmet, ihre Recherchen dann aber auch auf die weitere Familie ausgeweitet. Die Gedenksteine haben eine Messingoberfläche, auf der die Namen und biografischen Daten der Opfer, der Zeitpunkt der Deportation und der Deportationsort eingraviert sind. Seit 1997 setzt der Kölner Künstler Gunther Demnig diese 10 x 10 cm großen Betonquader mit eingelassener Messingplatte in den Boden vor ehemalige Wohnhäuser und Wirkungsstätten von Opfern des Nationalsozialismus. Finanziert werden die Erinnerungsmaler ausschließlich durch Spenden. Insgesamt konnten bereits über 700 Stolpersteine im Magdeburger Stadtgebiet verlegt werden. Jeder Spendende wird kontaktiert und zu den Verlegungen eingeladen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017